Ja, liebe Bartokastor, ich sitze hier in dem Psy-Test, der Gwub. Neben mir sitzt Julia Offer. Und wir gucken uns hier gerade den Herrn Tanner an. Der Herr Tanner kann Erdstrahlen, das ist seine Behauptung, kann Erdstrahlen messen. Und es gibt hier 50 Durchgänge, ich muss ein bisschen flüstern, damit wir den Kandidaten nicht stören. Und ihr werdet an geeigneter Stelle erfahren, wie es läuft. Wenn ihr uns bei Twitter folgen wollt, dann guckt euch mal at Psy-Tests an oder eben den Hashtag Psy-Tests. Und jetzt mache ich auch wieder raus, bevor ihr die Strahlung in irgendeiner Form stört. Bis dann.